Hi liebe 690-Fans, hier ist Maiky Beere und ich freue mich wieder hier zu sein und die Saison mit euch zu verbringen. Ich denke, da ich aus Garbsen komme, liegt in der Region, das ist mein Lieblingsort, ich bin da aufgewachsen und fühle mich da sehr heimatverbunden wohl. Ich war bisher in London, das hat mir sehr gut gefallen, mir schon zweimal und da würde ich sagen, bin ich in London. Ich denke, Playstation spielen, gerade was aktuell halt in der Papier spielen, Fortnites, schon so einer meiner Hobbys zur Zeit. Einem guten Essen, da darf man dann, denke ich, auch mal ein bisschen, muss man nicht unbedingt darauf achten, was man isst. Immer optimistisch bleiben, immer versuchen aus jeder Situation das Positive rauszuziehen, um am Ende dann dafür auch, denke ich, belohnt zu werden.